so ihr lieben willkommen zurück zu einer neuen folge eurotag simulator 2 natürlich wohl ja ihr lieben ich wollte eigentlich das ist ein bisschen heller wird hier schlafen aber ihr seht der trug macht den parkplatz dicht er stellt sich einfach hier hin und macht es dicht den parkplatz können wir nicht schlafen aber wir suchen uns trotzdem auftrag normal wo ich hätte lieber geschlafen das helle wird aber ja ihr seht ja ja macht alles dicht so wir sind hier da ich habe da was schönes gefunden und zwar immer was neil fragt also trinkende fracht ist das dringende lieferung nebenan weil leberwurst und kartoffeln und sauerkraut ist auch was leckeres für mich mal schnelles essen und so und für das holen uns ab schlafen konnte man nicht weil er hat einfach das dicht gemacht demnächst rechts abbiegen einfach so rechts ab ach mensch warum geht die kamera einstellung nicht demnächst rechts abbiegen ja es ist aber auch verdammt eng hier ist es verdammt eng ja leberwurst und die von rechts abbiegen ja doch helga wie gesagt ich wollte eigentlich da schlafen ihr habt gesehen der macht alles dicht wieso denn müssen wir richtig oder nicht also wenn ihr jetzt schon gesagt ein bisschen nicht real da wir sind doch richtig helga was erzählst du verkäse ich mag die helga zurzeit euch wie macht die spirenzchen ich weiß nicht warum so muss schon eigentlich meine bracht abholen immer rumfahren oder was der auftrag wurde erfolgreich gestartet wir haben den auftrag also ja ihr lieben ich frage doch mit speed v weil natürlich sechs firmen so hat schon den auftrag angenommen wir haben noch nicht über unsere lieferung ganz auch nicht den auftrag vorher warum ist das hier so verdammt eng das ist ja wie bei amerika trug total eng alles toll wie solchen das jetzt hinkriegen gottchen wie soll ich das jetzt hinkriegen da steht genau da steht der parkplatz eigentlich wo wir hätten schlafen sollen aber der dhl truck steht da einfach mittendrin warum werden da nicht rein hätte man auch rein gekonnt auch gottchen wo ein ego ist aber ich habe schon beweis foto gemacht werde dann in diesem video dann sehen wir uns also das habt ihr dann gesehen findet wenn ihr euch das video hier anguckt urkotchen gottchen was ja stimmt was ich noch sagen wollte lasst mal bitte ein like da und wer das letzte video geliked hat respekt und dankeschön bei den last mal wirklichen weg da hilft mein kanal unterstützt mein kanal und umso mehr zeug kann ich machen vor allen dingen es dauert nur eine sekunde haut einfach und leid raus und dann hat sich die sache erledigt so dringende lieferung die lange worten überhaupt die fracht zwei stunden noch was was drei stunden ok dann wird es gut warum ist das nur hier so verdammt eng ist wie bei amerika track zum lauter mega große fracht und du hast nur enge straßen enge ein parkmöglichkeit und alles du musst das so eng in bohlen sein ja wir haben den grund herausgefunden warum das so eng ist weil die warum viel mit zügen ok gut weil da brauchst du nicht viel platz ja wir machen mehr mit zügen als mit lkw ist also nur schon wieder eine neue route finden wir sind doch wieso soll ich denn nur eine karte hacker willst du mich echt schicken oder so wir fahren nach der route ich glaube ich stelle die mal aus er auf die quatsch nur käse die erzählten ok so otto jetzt mal dem ding aus ja hoffentlich bekommt er gegen grün weil da kommt da nicht durch weil wir stehen mit auf der straße kommen wir mal grün oder so jetzt am kreisverkehr zweite ausfahrt nehmen nimm diese ausfahrt was denn jetzt schon bitte ich verstehe es nicht wie läuft das helga spinnt rum das spinnt rum wir haben kein bord stein berührt nix verstehe ich nicht ich gucke überall hin verstehe ich nicht und vor allen dingen es ruckelt gerade es ruckelt mega wochen ruckelt das so ruckeln das gerade so das war wahrscheinlich so ist ein problem am kreis verkehr zweiter ausfahrt nehmen nimm diese ausfahrt hat mich verdrückt so das war die wo ich echt so schnell durch gerade fügel switcher wir haben nur noch gar kein frühling ja wie gesagt wir fahren leberwurst und also wie gesagt so was ich mal so essen tue leberwurst sauerkraut und kartoffeln doch lecker schön pfeffer drauf biegen nach links ab aber auch noch pünktlich sind hat das sehr wohl noch mal gucken ob wir es schaffen bündlich zu liefern und schöne baum erleben und das sind ecken da bin ich überhaupt gar nicht hier vor überhaupt noch nicht von so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alter, da ist er noch mit dem Rollstuhl. Boah, das habe ich auch noch nie gehabt. War jemand mit dem Rollstuhl? Die Map ist heftig. Mach ich doch Helga, Mensch. Oh, mein Leberwurst. Die Musik. Kann man den nicht ausbacken? Oh, mein Gott. Ich weiß, dass ich spät dran bin. Das war gerade alles. Boah, das war mega gut. Oi. Boah, das war mega gut. Boah, das war mega gut. Mache ich doch Helga, aber wenn die Einblendung gerade kommt, kann ich ohne Stoppion. Kommt Bergsommer. Kommt Bergsommer. Komm schon. Schön, dass wir einmal einen Händler entdeckt haben. Oh Leute, wir müssen uns beilen. Was hält denn der an? Was bist denn du? Voll long. So, wir müssen uns beilen. So, wir müssen uns beilen, dass wir keine Strafe kriegen. Also, das hier schnell. Trotz des Eibs bauen. So. Oh Gott. Wurde raus. Abgeben. Boah. 36 Sekunden hätten wir noch gehabt. 36 Sekunden. Sonst hätten wir eine Strafe gekriegt. Boah. Boah. Das war knapp. Das war echt knapp. Gut. Gut ihr Lieben. Somit bedanke ich mich vorzusehen für eure Gruppe Tage, für eure Likes. und vor allen Dingen für euch. Mega Daumen an euch und allzeit gute Fahrt und tschüss. Geln.